Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. Hallo und herzlich willkommen zur ersten virtuellen Pressekonferenz in der Vereinsgeschichte der SG Dynamo Dresden. Hier aus dem Pressekonferenzraum im Rudolf-Habig-Stadion an meiner Seite begrüße ich die beiden Geschäftsführer des Vereins, und zwar den Kaufmännischen Michael Born und den Sportgeschäftsführer Ralf Minge. Die Journalisten, die heute zu einem Großteil die Fragen stellen werden, sind nicht hier im Raum, sondern hier befinden sich nur die Kameraexperten, Tontechniker und wie gesagt die beiden Herrschaften neben mir, die ich schon begrüßt habe. Ich werde zwei Eingangsfragen stellen und dann kommen wir zu den Fragen, die mir zum einen über mein Handy von den Journalisten zugesendet werden, die jetzt zu Hause an den Bildschirmen sitzen, genauso wie die Zuschauerinnen und Zuschauer von MDR.de und die Fans von Dynamo TV. Und via E-Mail habe ich auch einige Fragen bekommen. Wir versuchen alle zu beantworten, das wird sportlich, denn es sind sehr, sehr viele Fragen eingegangen. Ralf, wir beginnen mit dir. Sei so lieb, hol uns ab und schildere nochmal aus deiner Sicht diesen 9. Mai, den Samstag, den vergangenen, als sich die Ereignisse durch die Corona-Fälle 2 und 3 bei uns im Verein überschlugen und seitdem steht Dynamo Dresden im Brennglas der Öffentlichkeit. Ja, auch von meiner Seite nochmal ein Hallo in die Runde, kann man ja schlecht sagen. Natürlich haben wir in den letzten Tagen nochmal den Samstag reflektiert, auch nochmal minutiös aufgearbeitet. Was ist wann wie gelaufen? Das haben wir am gestrigen Abend auch nochmal mit Vertretern der DFL besprochen. Und dort möchte ich ganz einfach mal einsteigen. Am Vormittag haben wir, besser gesagt, unser Hygienebeauftragter und Mannschaftsarzt, Dr. Alsadi, die Informationen vom Labor aus Siena bekommen, dass zwei weitere Corona-Fälle innerhalb der Mannschaft aufgetreten sind. Dann haben wir uns zusammen telefoniert und für 11 Uhr im Stadion verabredet. Dort haben wir das Ganze analysiert, wie die nächsten Schritte sein könnten. Wir haben natürlich dann auch das Gesundheitsamt, was auch per se durch das Labor schon informiert wird, in Kenntnis gesetzt und hatten ohnehin 13 Uhr eine Mannschaftsbesprechung angesagt, wo es eigentlich darum gehen sollte, dass wir die nächsten Schritte inklusive Quarantäne vor dem ersten Spiel, Abläufe, Herangehensweise nochmal besprechen wollten. Das haben wir dann ganz einfach zum Anlass genommen, um den Jungs dann letztendlich auch zu verkünden, dass es zwei weitere Fälle gibt. Das hat der Dr. Alsadi gemacht und dann ist wohl, glaube ich, jedem klar, weil es dann auch so ein kleines bisschen in den emotionalen Bereich reingeht, dass dann jede Menge Fragen von den Jungs gestellt wurden. Wir haben danach um 15 Uhr einen Termin auf dem Gesundheitsamt in Dresden gehabt. Ich muss vielleicht noch vorausschicken, dass wir nach dem ersten positiven Test schon einmal einen längeren Termin dort hatten, auch die Vorgehensweise, die Herangehensweise bei einem wiederholten Fall dort durchgesprochen haben. Das Gesundheitsamt ist auch im Besitz und in Kenntnis der Konzeption der DFL, sodass wir die Person letztendlich auch schon ein kleines bisschen kannten. Parallel dazu oder im Vorfeld sind natürlich die zwei Spieler, die positiv getestet wurden, durch das Gesundheitsamt befragt wurden. Das Gleiche hat man dann letztendlich mit uns gemacht. Und dann ging es eigentlich nur noch darum, weil ja immer so ein kleines bisschen im Raum steht, dass da Verhandlungen oder Besprechungen wie auf dem Bazar irgendwo stattfinden. Dann hat man uns die Maßnahme verkündet, die behördliche Anordnung und hat man sie uns auch dann letztendlich erklärt. Damit sind wir dann zurück hier ins Stadion gefahren. Das war kurz nach 16 Uhr. Dann haben wir natürlich sinnvollerweise die Mannschaft über die Quarantänemaßnahme informiert als ersten Schritt, was, glaube ich, auch logisch ist, weil das ja die Betroffenen sind. Und dann haben wir den Dr. Alsadi, den Professor Mayer, informiert, der am ersten Schritt dann nicht erreichbar war. Aber die haben sich dann zusammen telefoniert. Ich habe meine Liste abgearbeitet, als ersten meinen Geschäftsführerkollegen, dann natürlich den Herrn Schwenken von der DFL informiert und Tippel-Tappel-Tor dann Aufsichtsratsvorsitzenden, Oberbürgermeister, den Michael Kretschmer, habe ich versucht zu erreichen. So war der Ablauf. Ralf, danke dir. Ich hoffe, dass wir gut verstanden werden. Es gibt viele Rückmeldungen, dass der Ton zu leise ist. Wir arbeiten aber an den technischen Defiziten, damit das besser funktioniert. Und ansonsten müssen wir das Handmikro dann mal ausprobieren. Wir bleiben dran. Wir geben uns Mühe, dass wir die technischen Probleme in den nächsten Minuten lösen. Michael, zu dir. Gestern gab es einen ganz aktuellen Austausch mit Vertretern des Präsidiums der Deutschen Fußballliga. Heute gab es eine Teilversammlung der Zweitligisten. Vielleicht bist du so lieb, nimmst die Journalisten mit und unsere Zuschauer. Wie ist der aktuelle Stand? Wie ist der Status quo? Ja, auch von mir hallo. Also mich hat gestern Morgen der Steffen Schneekloth angerufen. Und er hat darum gebeten, dass Ralf und ich für ein Gespräch zur Verfügung stehen. Das haben wir sehr, sehr gerne gemacht. An dem Gespräch haben noch neben dem Ansgar Schwenken und dem Steffen Schneekloth auch der Peter Peters als Vertreter der ersten Liga teilgenommen. Und der Justiziar der DFL, der Herr Pepke. Und das Gespräch hatte halt den Inhalt, dass wir noch mal gegenüber der DFL die Geschehnisse, wie Ralf sie gerade geschildert hat, klarstellen sollten. Wir haben auch ganz deutlich gemacht, weil da schon kleinere Vorwürfe gegenüber unserem Verein im Raum standen, dass wir auf jeden Fall die Saison zu Ende spielen möchten. Dass wir als Verein immer die Solidarität der Vereine hinsichtlich der Finanzen gelebt haben. Wir haben deutlich gemacht, dass wir, wie es Ralf auch schon gesagt hatte, keinen Einfluss auf die Entscheidung des Amtes hatten. Und dass wir uns penibel an die Vorgaben gehalten haben. Dass wir versucht haben, alles zu tun. Dass sich kein Spieler infiziert. Dass wir alles getan haben, um uns auf den Spielbetrieb, die Rückkehr in den Spielbetrieb vorzubereiten. Dass wir auch das Quarantänehotel bereits gebucht hatten. Und ja, man ist dann in einen entsprechenden Austausch gekommen. Und ich glaube, es war zum Schluss ein Austausch, wo wir ganz deutlich klar machen konnten, dass keine Versäumnisse von unserer Seite da waren. Und man muss einfach sagen, es ist einfach so, man kann sich versuchen, gegen die Ansteckung zu schützen, aber niemand kann es ausschließen, dass es trotzdem passiert. Gut, zum heutigen Tage. Die Teilversammlung der zweiten Bundesliga hat in Vorbereitung der morgigen Mitgliederversammlung getagt. Es wurden die Dinge noch mal besprochen. Es wurden die Anträge durchgegangen, die ja auch schon in der ersten Bundesliga kontrovers diskutiert wurden. Es wurde von allen Vereinen gesagt, dass der Antrag alle 34 Spieltage der Bundesliga der aktuellen Spielzeit bis zum 30. Juni 2020, falls notwendig, auch im Juli, sowie die Relegationsspiele vollständig austragen zu wollen, soweit dies rechtlich zulässig ist. Das wurde von der Teilversammlung bestätigt. Alle anderen Anträge wurden vertagt, da man der Meinung war, dass man sowohl, was die Beschlussüberabstiegsregelung als auch den Beschluss, die Hygieneregelung in die Spielordnung aufzunehmen, noch mehr Zeit zur Diskussion, aber auch zur rechtlichen Prüfung braucht. Was wir zum Schluss in die Diskussion gebracht haben, ist, dass wir neben der Solidarität der Vereine auch erwarten, dass es eine Solidarität gibt hinsichtlich der Integrität des Wettbewerbes. Und natürlich haben wir die Frage gestellt, wie viel Zeit wir bekommen, wie viel Zeit Mannschaftstraining, um nach der Quarantäne wieder in den Spielbetrieb einzusteigen. Da haben wir viel Unterstützung erfahren von auch anderen Vereinen, die einfach sagen, es ist nicht möglich, nach drei Tagen schon wieder einzusteigen. Ansgar Schwenken hat uns heute Morgen in einem Telefonat auch zugesagt, dass man sich damit noch beschäftigen wird. Und man ist so auseinandergegangen, dass das jetzt auch im Präsidium der DFL und in der Kommission Fußball nochmal besprochen wird. So, ich hoffe, dass wir den Ton dann irgendwann in den Griff bekommen haben. Sonst zieht sich das wie so ein kleiner Treppenbezeugt durch diese für uns sehr, sehr wichtige Pressekonferenz. Wir nehmen es mit Humor. Anders ist das Leben gegenwärtig für viele andere auch nicht zu ertragen. Herr Kasseres von der Süddeutschen Zeitung hat direkt eine Nachfrage an dich, Michael. Und da geht es darum, dass du in deinem Statement gerade davon gesprochen hast, dass es kleinere Vorwürfe von der DFL gegenüber Dynamo Dresden gegeben hat. Welche waren das konkret und wann genau gab es diese Vorwürfe? Und wurden die von der DFL euch gegenüber so geäußert? Ja, es ging insbesondere darum, dass wir die DFL nicht schnell genug informiert haben. Nur, ich glaube, der Ralf kann da noch konkreter was zu sagen. Wir haben uns komplett daran gehalten, wie es ursprünglich im Konzept vorgesehen war. Aber ich glaube, Ralf ist da mehr im Thema. Das ist in der Tat so. Das war jetzt nicht so extrem verbindlich geregelt in der Konzeption. Wir haben gestern darüber gesprochen. Man muss sich auch vorstellen, dass das natürlich auch für uns emotional eine Ausnahmesituation war am Samstag. Wir haben nach bestem Wissen gehandelt und haben das Thema gestern in der Telefonkonferenz noch mal besprochen, wie man gegebenenfalls dort eine höhere Verbindlichkeit erzielen kann. Und dort ist das Konzept jetzt auch noch mal nachgerüstet worden. Wenn jetzt auch keine konkrete Zeitangabe erfolgt ist, was die Informationspflicht anbelangt, so ist doch das Wort unverzüglich dort enthalten. Und ja, insofern konnte auch der Punkt gestern dann, oder war er vielleicht sogar hilfreich für zukünftige Fälle. So, kommen wir von der bundesweiten SZ zur lokalen und regionalen SZ, zur Sächsischen Zeitung. Sven Geisler hat einen umfangreichen Fragenkatalog mir zugeschickt. Und an dem versuche ich mich jetzt nacheinander abzuarbeiten, mit der Bitte vielleicht, um nicht ganz so ausführliche Antworten, weil sonst wird diese Pressekonferenz eine sehr, sehr, sehr lange. Der erste Komplex des Fragenkatalogs behandelt das Gesundheitsamt und die Quarantäne der Mannschaft. Sven Geisler fragt, wie viele Testreihen sind inzwischen gemacht worden? Denn es gibt unterschiedliche Angaben auch von Spielern. Da sind sicherlich auch die persönlichen Abstriche gemeint, die zum Teil die Spieler gemacht haben. Genau. Mannschaft und Funktionsteam ist bisher viermal getestet worden. Es sind natürlich dann noch einzelne Spieler, die dann zwischendurch noch getestet wurden. Ich sage jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Wir hatten ja vor Wochen auch den Fall, dass wir mit dem Training hier in Dresden mal ausgesetzt haben. Da sind dann Spieler in ihre Heimaturte gefahren oder auch Heimatländer. Und nach deren Rückkehr sind die natürlich als erstes auf das Virus getestet worden. Das ist sicherlich oder vielleicht damit gemeint. Würde es Dynamo Dresden begrüßen, wenn die Proben von unabhängigen Personen beziehungsweise Institutionen, etwa denen, die im Auftrag der NADA die Doping-Tests durchführen, genommen werden, fragt wieder Sven Geisler von der Sächsischen Zeitung. Das ist sicherlich eine Schnittstelle, die extrem wichtig ist. Ich habe mich dann auch erst mal aufklären lassen, dass das jetzt mit dem Abstrich nicht so ganz einfach ist. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir das nicht intern abdecken, weder durch unseren Mannschaftsarzt noch durch den Physiotherapeuten oder dergleichen mehr, wie es vielleicht andere Vereine handhaben. Wir haben medizinisches Fachpersonal vom Uniklinikum angefordert, die den Abstrich dann hier vor Ort durchführen. Also insofern ist die Frage irgendwo beantwortet, dass es natürlich eine sensible Stelle ist und eine gewisse Unabhängigkeit geboten sein sollte. Die nächste Frage lautet, welche Einschätzung hat der Verein gegenüber dem Gesundheitsamt abgegeben? Hier steht jetzt kein Datum dabei. Ich vermute mal am Samstag, als es die Fälle 2 und 3 gab. Fragt Sven Geisler. Es war keine Einschätzung in dem Sinne, sondern wir sind ganz einfach befragt worden, wie die Abläufe hier sind. Wir hatten das Gesundheitsamt auch am Tag zuvor hier in die heiligen Hallen eingeladen, um sich davon zu überzeugen, wie wir diese Hygienemaßnahmen umsetzen. Ich hatte es vorhin schon angedeutet, dass die Befragung der Spieler vorangegangen war und dass eigentlich unsere Schilderung, was gerade auch das Mannschaftstraining an den zwei Tagen zuvor anbelangt, auch die Kabinensituation dazu beitragen sollte, um sich ein umfassendes Bild zu machen und basierend darauf auch eine seriöse Entscheidung treffen kann. Auch auf die Gefahren, dass sich gewisse Dinge doppeln. Wann ist die Entscheidung über die häusliche Quarantäne gefallen? Das war gegen 15.45 Uhr am Samstag. Die Frage wurde zum Teil schon beantwortet. Heute erst aktuell mit einer Erklärung der Mannschaft. Aber ich frage dennoch, wieder im Namen der Sächsischen Zeitung. Achso, falsch. Tut mir leid. Frage erst richtig lesen. Wieso wurde die Mannschaft danach noch einmal versammelt, um ihr die Entscheidung mitzuteilen? Die Frage war anders umgestellt. Die Mannschaft wurde nicht noch einmal versammelt. Sie ist im ersten Schritt per WhatsApp informiert worden über die Quarantänemaßnahme. Wir haben natürlich das Angebot gemacht, dass alle Funktionäre, das medizinische Personal für Rückfragen zur Verfügung stehen. Dort ist auch reichlich Gebrauch gemacht worden. Aber eine Zusammenkunft hat nicht noch einmal stattgefunden. Stimmt der Bericht in der Sportbild von heute, dass mehrere Spieler wegen des unklaren Ansteckungsherdes gedroht haben, nicht weiter zu trainieren am Samstag in der Teamsitzung? Das ist nicht korrekt. Und die Mannschaft hat sich ja auch schon klar und deutlich positioniert. Wenn ich jetzt trotzdem noch einmal kurz in die Besprechung reingehe. Ich habe es vorhin angedeutet. Das Mitteilen ist das eine, diese rationale Ebene. Auf der anderen Seite bewegen wir uns auch auf einer emotionalen Ebene. Ich nehme ganz einfach mal ein Beispiel. Wir haben zwei junge Väter. Drei Jungs sind in freudiger Erwartung ihres ersten Kindes. Und da gibt es ja unter anderem auch von der DEKRA diese Gefährdungsanalyse, wo eben klar drinsteht, dass die Infektionsgefahr werdender und stillender Mütter im Stab der Mannschaft, dass sie als sehr hoch einzuschätzen ist. Und das sind natürlich Sachen, die die Jungs bewegen. Dort sind viele Fragen gestellt worden. Der Doktor hat sich ja unendlich viel Zeit genommen, um die Jungs zu beruhigen, die Fragen zu beantworten. Und ich glaube, das war auch extrem wichtig, um, ich sage mal, diese emotionale Komponente einigermaßen zu beruhigen. Aber das stand nie im Raum, dass ein Spieler sagt, ich habe keinen Bock oder ich tue mir das nicht an. Auf der anderen Seite, wir sind geprimed durch die Medien von früh bis abends, von irgendwelchen Statistiken, Zahlen, Hinweisen. Und in einer Ausnahmesituation, wenn man konfrontiert wird, dass ein Mannschaftskollege damit infiziert ist, ist es natürlich auch oft so, dass man sich dann auch an Berichten und Studien orientiert, die ja auch eine gewisse Gefahr widerspiegeln. Genau, und das ist an uns jetzt, und dort, wie gesagt, steht das Angebot. Das haben wir sogar noch weiterführend jetzt gemacht, dass man diese Vorbehalte versucht, zusammen auszuräumen. Wie würde der Verein darauf reagieren, wenn Spieleraussorge vor dem Virus nicht trainieren oder und spielen wollten? Das ist ja in einigen Vereinen diskutiert worden. Ich habe jetzt fünf spezielle Fälle angeführt. Wir würden uns damit auseinandersetzen. Eine pauschale Antwort möchte ich hier eigentlich nicht geben. Wir können natürlich keinen zwingen. Das ist klar. Was kosten den Verein a, die zusätzlichen Hygienemaßnahmen und b, die Ausstattung der Profis mit Fitnessgeräten und die Betreuung in der Quarantäne? Wer übernimmt die? Betreuung. Ja, das liegt beim Verein. Das ist ganz klar. Schon am Sonntag früh ist da Martin Birner mit dem Teamcar durch die Gegend gefahren und hat 28 Spinning-Bytes hier in der Umgebung breit gefahren. Also die waren dann auch sehr schnell mit Trainingsmaterialien versorgt. Das Training läuft virtuell. Da haben wir ja auch einen kleinen Bericht dazu gemacht. Die Kosten trägt der Verein. Und die im Detail zu beziffern, da müsste man nochmal genau gucken. Es ist ein erheblicher Mehraufwand, was der Verein zu tragen hat jetzt letztendlich. Wir befinden uns immer noch im Fragenkomplex der Sächsischen Zeitung. Jetzt wechseln wir aber das Thema. Und zwar betrifft das die Saison bzw. die DFL. Von Seiten der DFL wird von einem einstimmigen Entscheidungsprozess gesprochen. Aber Ralf Minge sagte, es gibt derzeit keine mehrheitsfähige Alternative zu Geisterspielen. Unter den Klubvertretern hat Dynamo oder ein anderer Verein alternative Vorschläge eingebracht. Wie man mit dieser Saison zu verfahren ist. Und wie sahen diese konkret aus? Gab es Alternativen zum Thema Geisterspiele zum jetzigen Zeitpunkt? Also diese Dinge sind andiskutiert worden. Es gab eine Mitgliederversammlung am 16. März, wo die DFL die DFL die Möglichkeiten dargestellt hat. Und wie wir alle wissen, aufgrund der Verordnungslage gab es zu dem damaligen Zeitpunkt keine Alternativen. Und selbstverständlich haben auch wir zugestimmt, diese Spiele durchzuführen, weil es einfach alternativlos war. Wie lief die Diskussion unter den 36 Profi-Clubs? Welches Gewicht hat dabei die Stimme von Dynamo Dresden? Also Herr Seifert hat allen Vertretern sehr, sehr deutlich gemacht, was es bedeuten würde. Und damals sind ja auch die Zahlen durch die Medien gegangen. 13 Vereine insolvenzgefährdet im Juni noch. Und es war eigentlich alternativlos und größere Diskussionen dazu haben auch gar nicht stattgefunden. Vielleicht wechseln wir mal ganz kurz zum Ralf. Wie stehen Sie zu dem unterschwelligen Vorwurf, Dynamo Dresden favorisiere den Saisonabbruch ohne Absteigern die dritte Liga? Wir haben das sowohl gestern als auch heute in den Videokonferenzen klar und deutlich gesagt, dass wir die Saison zu Ende spielen wollen. Da gibt es überhaupt keine Frage bei uns. Und ich meine, wer mich ein paar Jahre kennt, der weiß, dass ich absolut dazu stehe. Der Michael hat die sportliche Integrität natürlich angesprochen. Die ist in einer Ausnahmesituation, in der wir uns jetzt befinden, im Allgemeinen schon schwierig. Bei uns im Speziellen ist es natürlich noch ein kleines bisschen komplexer, aber wir stehen dafür, die Saison sportlich zu beenden. Man muss sich unsere Situation auch mal anschauen und nicht nur eindimensional auf die Tabelle gucken, dass wir Letzter sind. Wir haben im Winter reagiert. Wir haben sechs neue Spieler geholt, wo wir dort verschiedenen Sachen nochmal einen neuen Reiz, einen neuen Impuls geben wollten. Wir haben seit der Winterpause aus den sieben Spielen elf Punkte geholt. Nur vier Mannschaften haben mehr Punkte geholt. Wir sind in Schlagdistanz, was uns keiner zugetraut hätte. Und wir wollen das Thema sportlich regeln. Welche Rolle spielt die Haltung der aktiven Fanszene, die sich gegen die Fortsetzung der Saison mit Geisterspielen ausgesprochen hat, für die Argumentation des Vereins? In dieser Frage fragt wiederum die Sächsische Zeitung, die aus mehr Personen als nur Sven Geisler besteht, Daniel Klein, Tino Meierkern auch noch dazu. Ja, wir haben die Situation natürlich mit der aktiven Fanszene besprochen. Wir sind auch nicht für Spiele ohne Zuschauer, aber in dieser Notsituation gab es halt keine andere Möglichkeit. Und das hat auch die Fanszene akzeptiert, weil es einfach keinen anderen Ausweg gegeben hat. Kommen wir zum Komplexwettbewerb. Das ist der vorletzte der Sächsischen Zeitung. Gibt es konkrete Pläne, wie Dynamo Dresden nach der Quarantäne starten könnte? Ich glaube, das hat der Michael vorhin schon beantwortet, dass das sowohl gestern als auch heute Mittag Thema war. Dort sind wir in der Diskussion, haben dort auch Unterstützung von anderen Vereinen, auch von der Kommission Fußball. Und das wird die nächsten Tage Thema sein, dass man dort einen Konsens findet, der einigermaßen verträglich ist. Wie könnte Ihrer Meinung nach ein fairer Wettbewerb organisiert werden? Welche Alternativen gibt es zum Saisonabbruch? Stichwort fairer Wettbewerb, Wettbewerbsintegrität. Ja, ich glaube, jetzt wiederholen sich die Fragen. Es ist in dieser Ausnahmesituation natürlich unheimlich schwierig, eine für alle verträgliche Lösung zu finden. Gleichwohl kann man unter einem fairen Wettbewerb natürlich nicht verstehen, dass man drei Tage nach einer Quarantäne wieder in ein Meisterschaftsspiel geht. Und wie Ralf richtig schon sagte, das wird momentan diskutiert. Und wir müssen halt gucken, wie in dieser Sondersituation der bestmögliche Weg aussieht. Aber man muss schon einige Tage Mannschaftstraining haben, um dann wieder in den Spielbetrieb einsteigen zu können. Laut Medienberichten soll bei der DFL-Videokonferenz beschlossen werden, dass es bei einem Saisonabbruch zwei Absteiger gibt und dabei der aktuelle Tabellenstart herangezogen wird. Wird Dynamo einer solchen Regelung zustimmen? Also, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist vertagt worden und wir werden uns das angucken, was dann auf dem Tisch liegt. Momentan kann ich mir nicht vorstellen, dass wir einer Regelung zustimmen können, dass es bei Abbruch Absteiger gibt. Blicken wir zwei Monate voraus. Wie wird mit den zum 30. Juni auslaufenden Verträgen verfahren, nachdem klar ist, dass die Relegation definitiv erst im Juli gespielt werden kann? Stichwort Geschäftsjahr, Ende zum 30. Juni. Die Verträge laufen aus. Wie wird damit umgegangen nach jetzigem Stand? Da arbeitet momentan die DFL dran. Das ist ja auch eine Frage, die mit der FIFA-UEFA zu klären ist. Gleichzeitig gibt es da arbeitsrechtliche Fragen, die in den nächsten Tagen beantwortet werden müssen. Thematisch bleiben wir bei dir, Michael. Jetzt geht es um die Planung, um die finanziellen Kriterien, welche Auswirkungen die Corona-Krise haben könnte. Da stehst du ja perfekt im Thema, denn Stichwort Tages- und Dauerkartenumtausch. Wie hoch sind die Verluste für Dynamo durch die Corona-Krise? Gut, es ist unheimlich schwierig, die Verluste jetzt schon konkret zu beziffern. Natürlich können wir das beziffern, was wir jetzt zum Beispiel an Jahreskarten, Dauerkarten an Verlusten haben. Das sind 1,15 Millionen Euro. Dazu kommen weitere 1,3, 1,4 Millionen Euro von den Sponsoren, wobei wir aber auch schon von vielen Sponsoren glücklicherweise erfahren konnten, unser Hauptsponsor All Inkel an der Spitze, dass sie auf Rückforderungen verzichten. Das werden wir jetzt in den nächsten Tagen angehen und werden uns intensiv damit beschäftigen. Morgen werden wir dazu die entsprechenden Regelungen nach außen kommunizieren. Darüber hinaus ist es natürlich so, dass wir auch Berechnungen angestellt haben, was die nächste Saison betrifft. Man muss da in Szenarien denken. Es ist unheimlich schwer zu prognostizieren, weil man auch nicht weiß, wie die wirtschaftliche Entwicklung in dieser Krise aussieht. Wir haben mal hochgerechnet, dass wir bei einem Spielbetrieb ohne Zuschauer im Vergleich zur Lizenzierungsplanung, die wir im März abgegeben haben, 4,5 Millionen Euro weiteren Verlust machen würden. Jetzt ist hinzugekommen, dass auch die Fernsehgelder der nächsten Saison wahrscheinlich geringer ausfallen werden. Also könnten es schon dann 5,5 Millionen Euro sein plus die 2,5 Millionen Euro. Aber wir versuchen natürlich, gemeinsam mit dem Aufsichtsrat entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um den Verlust geringer zu halten. Aber das sind im Grunde genommen im Moment die Themen, mit denen wir uns intensiv beschäftigen. So, dann kommen wir zur letzten Frage, vorerst von der Sächsischen Zeitung. Wie ist der Stand bei den Vertragsgesprächen im Allgemeinen und speziell im Fall von dir, lieber Ralf? Ich habe die Jungs informiert, schon mehrmals, dass wir jetzt eine Ausnahmesituation haben und dass es jetzt keine planerische Grundlage gibt. Wir erhoffen uns die natürlich, oder wir erarbeiten die auch. Am Montag wird eine Aufsichtsratssitzung sein, wo man dann verschiedene Szenarien mal durchrechnet, sodass ich dann ganz einfach auch hoffe, dass wir dort eine Grundlage haben, um vielleicht das eine oder andere Gespräch zu führen. Und das Gleiche gilt natürlich für meine Person. Kommen wir zu Jan Günther, MDR Hörfunk. Die DFL sprach bisher von zwei Dynamo-Spielen, die aufgrund der verhängten Quarantäne verschoben werden müssen. Welchen sportlichen Charakter hätte das Spiel Arminia Bielefeld Dynamo Dresden sollte dieses am 27. Mai 2020 ausgetragen werden müssen? Zum jetzigen Stand erster gegen Tabellenplatz 18. Ich glaube, da hat der Michael vorhin schon was dazu gesagt. Das wollen wir nicht vorweggreifen nach einer Quarantäne. Es ist vollkommen klar, dass man dann eine gewisse Zeit braucht. Und dort sind wir in der Diskussion. Ich kann mir eher nicht vorstellen, dass wir dort schon an den Start gehen können. Aber wie gesagt, der Austausch ist kooperativ. Und dort wird man dann Vollzug melden, wenn eine Entscheidung getroffen ist. Kann man den sportlichen Nachteil insgesamt bemessen, der durch die 14-tägige Quarantäne entsteht? Fragt Jan Günther. Das wird sich dann sicherlich in der Realität zeigen. Wir versuchen jetzt alles, was unter den eingeschränkten Bedingungen möglich ist, zu realisieren, den Substanzverlust so gering wie möglich zu halten. Dass man natürlich extrem eingeschränkt ist, ist klar. Aber da gibt es ja auch keine Blaupause. Dort muss man ganz einfach abwarten, wie schnell findet man den Rhythmus. Und das kann man wirklich erst rückblickend dann beurteilen. Kommen wir zu Tim Schlegel, Bild Dresden. Ich denke, die Frage wurde zwar schon mal beantwortet, aber in dem Fall sollten wir sie nochmal beantworten, und zwar klipp und klar. Was sagt die Vereinsführung zu den kursierenden Gerüchten, Dynamo sei für einen Saisonabbruch? Stimmt nicht. Also aus unserer Munde wird das nie kommen, weil wir stehen für den sportlichen Wettbewerb. Ich habe das auch kurz erläutert, was wir im Winter für Anstrengungen nochmal unternommen haben, dass wir auch Fahrt aufgenommen haben. Und wir wollen das ganz einfach sportlich regeln. Gibt es inzwischen Informationen darüber, woher die zwei positiven Befunde kommen könnten, wo die Spieler sich angesteckt haben könnten? Nein, das war ja ein sehr wesentlicher Grund, dass die Infektionskette nicht nachvollzogen werden konnte. Wie steht ihr im Allgemeinen zu dem Thema Quarantäne für das gesamte Team? Stichwort Gesundheitsamt Dresden, vielleicht nochmal einen Satz dazu. Ich habe es, glaube ich, ausführlich geschildert. Das ist eine behördliche Anordnung. Die Gesundheitsämter stehen dort in einem Abwägungsprozess. Sie verantworten letztendlich auch diese Entscheidung. Und wie gesagt, nach dem Gespräch, was wir dort hatten, wird einem dann auch als Laie auch vieles klarer. Im Übrigen hatten wir das mit Schreiben vom 22.04. an die DFL schon mal angemerkt, inwieweit, gerade was die Gesundheitsämter anbelangt, einheitliche Standorts und Vorgehensweisen umgesetzt werden können. Ja, das ist der Stand der Dinge. Wir haben diverse Leihspieler. Gegenwärtig im Kater ist bereits geklärt, ob diese über den 30. Juni hinaus bleiben dürften, wenn es dann zu einer Relegation kommen würde. Das ist auch schon angesprochen. Dort arbeitet man mit Hochdruck dran, Lösungen zu finden. Und ich bin da eigentlich auch guter Dinge, dass das passieren wird. Thomas Narendorf von der Dresdner Morgenpost fragt, ist es denkbar, dass die 2. Liga jetzt noch ganz kurzfristig einen Komplettstopp einlegt und alle gemeinsam mit Dynamo beginnen, um zumindest etwas Chancengleichheit herzustellen? Das wird nicht passieren. Chris Lugert vom SED fragt, welche Trainingsmöglichkeiten abseits des Spinning-Rads gibt es im Stichwort Cyber-Training? Was machen die Jungs jeden Tag? Bist du da auf dem Laufenden, Ralf? Ich bin dort auf dem Laufenden. Die Jungs teilen sich auch dort rein. Oder was heißt die Jungs? Der Matze Grahe als Fitnesstrainer, der Tobi Lange als Physio. Dann werden schon auch mal irgendwelche Wasserkisten, ich hoffe, dass es Wasserkisten sind, als Handeln missbraucht und Stabilisationsübungen, das ersetzt natürlich kein Training auf dem Fußballplatz. Aber ich habe es gesagt, wir versuchen aus der Situation das Bestmögliche zu machen. Frage an dich, Michael von Oskarjandora, FUPA.net. Ist absehbar, wann die Kurzarbeit der Mitarbeiter der Nachwuchsakademie und oder der Geschäftsstelle der SG Dynamo Dresden beendet wird? Gut, wir sind ja nur mit den Teilen der Mitarbeiter in Kurzarbeit. Es gibt Mitarbeiter wie du zum Beispiel, Henry, der jetzt im Moment sehr, sehr viel zu tun hat. Es gibt Mitarbeiter, die mit dem Spielbetrieb zu tun haben, die weniger zu tun haben. Und das werden wir immer auf Sicht entscheiden. Genauso beobachten wir im Nachwuchs die Verordnungen, um dann eventuell, da ist ja jetzt das Training mit Abstand wieder erlaubt, das beobachten wir und dann werden wir immer entsprechend reagieren. Gerade was die Nachwuchsakademie anbelangt, sicherlich sind dort jetzt auch schon Lockerungen vorhanden oder Möglichkeiten, um etwas umzusetzen. Aber wir sprechen von Leistungssport. Und die Jungs dort, die stehen am Anfang ihrer Karriere, die werden bis zum, hoffentlich bis irgendwann mal Profi werden, werden die über 10.000 Stunden absolvieren. Und ich glaube, das wird dort gut daran tun, wenn wir vorsichtig einsteigen dort. Und das wird dann auch sicherlich, was weiß ich, in ein, zwei Wochen passieren. Oskar Jandora fragt nochmal, die slowenische Liga will zwar die Spieltage 26 bis 36 durchführen, wie und ob das passieren wird, ist aber noch unklar. Sind Sie mit Lukas Stohr in Kontakt? Haben Sie darüber nachgedacht, ihn vorzeitig nach Dresden zurückzuholen? Die Möglichkeit wird es nicht geben. Und wir sind natürlich mit unseren Leihspielern, das ist ja nicht der Einzige im Austausch. Jochen Leimert, Dresdner Neueste Nachrichten, fragt, hat sich Dynamo juristischen Beistand für den Fall organisiert, dass man beim Sportgericht gegen eine wahrscheinliche Benachteiligung im sportlichen Wettbewerb vorgehen muss? Diesbezüglich haben wir keinen juristischen Beistand. Juristischen Beistand haben wir in vielen anderen Sachen. Dort betrete ich auch dort ein vollkommen neues Feld, wenn es um das Thema Haftung geht. Das Thema, wie geht man mit den medizinischen Daten um? Generell das Thema Datenschutz. Natürlich werden wir dort juristisch begleitet. Und das in Bezug auf das Sportliche haben wir natürlich auch zwei Anwälte, mit denen wir, wenn es denn sein muss, in Austausch treten können. Die nächste Frage kommt wiederum von Jochen Leimert. Wie steht Dynamo zum Vorschlag von Helge Leonard, Präsident vom FC Erzgebirge Auer und ein guter Freund von dir, das hat Jochen Leimert nicht geschrieben, das habe ich jetzt hier ergänzt, den Abstieg auszusetzen? Was heißt du von diesem Vorschlag? Oder was haltet ihr beide? Vielleicht jeder einen Satz zu dieser Frage. Wir wollen das sportlich regeln. Dazu stehen wir. Das ist ganz klar. Und alles andere hat der Michael schon gesagt. Welche Regelungen unter Umständen in Frage kommen, ist in der Diskussion und wird auch morgen noch nicht entschieden werden. Gut. Kann man davon ausgehen, dass positiv getestete Spieler, die ohne Symptome gesunden, schnell wieder voll belastbar sind und so im Abstiegsfall auch wieder schnell helfen können? Ralf. Ja, das war ja bei allen drei Spielern bei uns so, dass es keine Symptome gab. Sie haben sich ja auch nicht krank im klassischen Sinn gefühlt. Und auch die haben ja ein individuelles Trainingsprogramm jetzt, das natürlich ein deines bisschen modifiziert ist. Wir gehen davon aus, nichtsdestotrotz gilt auch dort, die Hygienemaßnahmen nach der Quarantäne aufrecht zu erhalten, weil es ist ja auch nicht ausgeschlossen, oder man kann es nicht ganz ausschließen, dass eine Zweitinfektion stattfindet. Auch die nächste Frage kommt von Jochen Leimert. Wie schwerwiegend betrachtet man die psychologische Hypothek, eventuell mit deutlich höherem Rückstand in die Aufholjagd starten zu müssen, wenn die Quarantäne vorbei ist? Ja, da müssen wir ein kleines bisschen kognitiv umstrukturieren. Ich glaube, da haben wir auch ein paar Anker, die wir setzen können. Nicht zuletzt die letzten offiziell ausgetragenen Spiele, wo wir gepunktet haben. Auch ein tolles Erlebnis hier gegen Erzgebirge Aue, auch was die Emotionalität anbelangt. Wir können uns immer wieder vor Augen führen, wie groß der Abstand war in der Winterpause, wo keiner mehr was gesetzt hat auf uns. Wir sind in Schlagdiskants und wir haben noch neun Spiele. Und wenn wir den Schnitt, den wir bisher seit der Winterpause mit den 1,57 Punkte pro Spiel, wenn wir das stabil bis zum Ende durchbekommen, dann werden wir unser Ziel auch erreichen. Jens Maaslich, dpa, fragt, der Wettbewerbsnachteil ist unverkennbar, nicht nur ohne Mannschaftstraining und womöglich ausfallende Spieler, auch psychologisch. Mit welchen Forderungen und Wünschen geht ihr in zukünftige DFL-Sitzungen? Ihr habt es bereits gesagt, darüber wird noch gesprochen, aber habt ihr ein Ziel? Ja, ich glaube, ich muss das eigentlich nicht wiederholen. Wir werden versuchen, um Verständnis zu werben, dass die sportliche Integrität ganz, ganz oben auf der Tagesordnung stehen muss. Und wie bereits schon angedeutet, haben wir da auch Unterstützung erfahren. Und ich glaube, das ist in diesen Tagen für den Fußball ganz, ganz wichtig. Denn es darf nicht immer nur um die Finanzen gehen, es muss auch um den sportlichen Wettbewerb gehen. Und den sollte man gerade auch im Hinblick auf die morgige Mitgliederversammlung in den Fokus stellen. Die DFL will laut einem Medienbericht bei einem Saisonabbruch den jeweils aktuellen Tabellenstand werten. Wäre Dynamo Dresden nicht auch hier benachteiligt? Fragezeichen? Ja, wie gesagt, das Thema wurde vertagt und ich denke, das wird noch intensiv diskutiert. Nochmal allgemeiner gefragt von Jens Maaslich. Egal wie, kann es am Ende dieser besonderen Saison überhaupt ein faires Ergebnis aus sportlicher Sicht geben? Haben wir auch mehr oder weniger beantwortet. Wir haben eine Ausnahmesituation, die beschränkt sich nicht auf den Fußball, muss man sagen. Wir haben noch jede Menge andere Großbaustellen und dass das nicht vergleichbar ist mit einer Saison, die mal so einfach glatt durchläuft, ist auch klar. Wir haben den Anspruch, das Beste daraus zu machen und dafür stehen wir und dafür werden wir auch mit jeder Phase bis zum letzten Spiel kämpfen. Jens Umbreit, Radio Dresden, fragt anknüpfend an die Fragen von Tim Schlegel, wie wäre der genaue Ablauf nach der 14-tägigen Quarantäne in Bezug auf ein mögliches Quarantäne-Trainingslager, was ja in diesem DFL-Konzept vorgeschrieben ist und das erste mögliche Spiel? Wie viele weitere Tests sind zudem in den kommenden Tagen innerhalb der Quarantäne geplant? Also wir werden auch in der Quarantäne-Zeit regelmäßig testen, das ist überhaupt keine Frage. Nach jetzigem Stand werden wir dieses nochmalige Trainingslager nicht per se durchführen müssen, ob wir gegebenenfalls dann eins machen, das dürfte uns freistehen, so war zumindest gestern Abend die Aussage. Wie ist es um die allgemeine mentale Verfassung der Mannschaft seit Samstag bestellt? Wie kommen Spieler und Trainer mit dem drohenden Wettbewerbsnachteil zurecht? Ja, damit endet ja nicht das Problem. Es gibt ja viele Schnittstellen, es gibt viele Perspektiven. Eine hatte ich vorhin gesagt, der werdende Väter oder gerade Vater geworden. Es geht darum, um vertragliche Situationen, auslaufende Liga, abhängige Verträge, es geht um Leihspieler, es geht um vielleicht Familienangehörige, die jetzt nicht vor Ort sind. Also es ist unheimlich komplex und auch dort haben wir den Spielern natürlich entsprechende professionelle Hilfsangebote gemacht, mit der Situation besser umzugehen. Neben den normalen Geschichten, dass wir natürlich jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Patrick Franz, Bild Dresden, fragt dich, Ralf, es entsteht der Eindruck, dass die DFL sich von vielen Grundsätzen des professionellen Leistungssports verabschiedet. Erwarten Sie, dass sich der enge Spielplan auf die Verletzungsgefahr der Profis auswirken könnte? Eine erhöhte Belastung kann natürlich auf jeden Fall auch oder birgt natürlich auch ein erhöhtes Verletzungsrisiko in sich. Vor allen Dingen auch in dem Wissen, dass eben der Spielrhythmus in den letzten zwei Monaten nicht gegeben war. Ja, da muss man kein Hälterseher sein. Wird Dynamo dafür stimmen, dass die reguläre Saison notfalls weit über Juni, also weit über den 30. Juni hinausgeht? Fragt Patrick Franz. Das war ja jetzt schon Bestandteil des Antrags, der dann morgen zur Abstimmung kommt. Wir werden das natürlich befürworten. Ralf, du hattest dich zunächst nicht in dieses DFL Monitoring der Corona-Tests aufnehmen lassen. Bei der letzten Runde hast du dich mittesten lassen. Was waren deine Beweggründe, dich vorher nicht testen zu lassen und dann doch. Man muss dazu sagen, es betrifft einige Mitarbeiter, die sonst sehr, sehr eng an der Mannschaft dran sind, die sich nicht testen lassen haben und auch den Kontakt sozusagen zur Mannschaft nicht mehr gesucht haben, nicht mehr vor Ort waren. Die Mannschaft war nur noch ein kleiner Kreis. Aber bitte, da antwortet die Frage von Patrick Franz. Ja, das war letztendlich auch die Vorgabe, dass der Kreis so eng wie möglich gehalten wird. Man hatte dort als Zielgröße in etwa 40 ausgegeben, die wir nur leicht überschritten haben. Es gab andere Vereine, die bei 70 plus gelandet sind und dann haben wir uns ganz einfach dazu entschieden, dass wir diese Sachen, also ich muss nicht unbedingt dort in der Kabine sein, wenn ich ein Gespräch mit dem Spieler oder mit dem Trainer führe, dann gehe ich hoch in der Loge, habe den Sicherheitsabstand und gegebenenfalls eine Maske. Ja, und so haben wir halt diese Vorgabe letztendlich dann auch eingehalten. Wenn die Spieler raus auf die Straße treten, sind sie auch ein Teil der Gesellschaft, muss man dazu sagen. Dem kann man gar nicht ganz aus dem Weg gehen. So, die nächste Frage geht an dich, Michael. Wieder fragt Patrick Franz. Dynamo hatte bei der DFL Fragen zur Wahrung wirtschaftlicher Fairness hinterlegt, in Klammern zum Beispiel Ausgleichszahlungen für Teams, die Geisterspiele Hertha treffen, weil sie mehr Zuschauer haben, mögliche Kontrollen von Insolvenzen bei Klubs, die schon länger Schulden vor sich her schieben, Klammer zu. Gab es dazu bisher Antworten von der DFL? Das ist ein netter Versuch, die Frage noch einmal zu stellen, aber wir haben dazu gesagt, wir haben der DFL Fragen gestellt, aber zu Inhalt und Antworten haben wir vor zwei Wochen gesagt, dass wir dazu keine Stellung nehmen und das möchte ich auch heute so halten. Patrick Franz fragt, fühlen Sie sich im Moment für gesundes Wirtschaften der vergangenen Jahre bestraft, weil die Corona-Krise Erspartes auffressen wird, gleichzeitig aufgrund wirtschaftlichen Drucks anderer Klubs der sportliche Wettkampf mit allen Mitteln und Nachteilen durchgezogen werden soll? Also ich glaube, wir können jetzt in der Krise sehr froh sein, dass wir in den letzten Jahren so nachhaltig gewirtschaftet haben. Das hilft uns jetzt in der Krise ungemein. Wie das andere Vereine halten, ist nicht unsere Sache. Gleichwohl und diese Diskussion ist ja schon voll im Gange, sollte man schon darüber nachdenken, ob es sinnvoll ist, schon Fernsehraten der kommenden Saison zu verpfänden. Diese Diskussion findet ja jetzt statt und ich hoffe, dass da raus eine Grundsatzdiskussion wird, die sich dann auch in der Lizenzierungsordnung niederschlägt. Patrick Franz bringt mit seiner nächsten Frage ein Modell ins Spiel. Ist eine 20er Staffel mit mehr Spielen, TV-Einnahmen und im Falle irgendwann wieder zugelassener Zuschauer mit zwei Heimspielen mehr nicht eh attraktiver für alle Vereine in der ersten oder zweiten Bundesliga? Vielleicht eine Einschätzung dazu, wer möchte antworten? Gut, mehr Spiele bedeuten mehr Zuschauer-Einnahmen, mehr Sponsoren-Einnahmen durch die WIP-Plätze, aber gleichzeitig muss der Fernsehkuchen auch durch mehr geteilt werden. Ich fände es positiv, aber ich glaube, nicht alle können dem Gedanken folgen. Ralf, als Sportgeschäftsführer, es gibt ja viele Top-Ligen in Europa, die mit 20 Vereinen spielen. Wäre das denkbar für die zweite deutsche Liga oder unrealistisch aus deiner Sicht? Ja, ich glaube, in der zweiten Liga wäre das noch relativ gut darstellbar. spielen nicht so sehr viele Vereine international und insofern ist es eine charmante Idee, die man vielleicht mal aufgreifen sollte. Die nächste Frage von Chris Lugert vom SED ist zum Teil schon beantwortet, da geht es wieder um das siebentägige Trainingslager, dazu hast du schon was gesagt, aber gibt es eine Rechnung, die ihr intern aufgestellt habt, wann aus eurer Sicht denn nach der Quarantäne plus Trainingslager das erstmögliche Spiel aus eurer Rechnung heraus möglich wäre. Wir haben unsere Vorstellung, möchten aber jetzt dem Austausch und der Festlegung nicht vorgreifen. Andreas Hunsinger vom Kicker fragt, es gibt von Union Berlins Manager Runert die Aussage, dass ein Spieler keine zwei negativen Tests mehr benötige, wenn er nicht infektiös sei und Antikörper nachweisen könne. Wäre das auch für Dynamo eine Möglichkeit, die Quarantäne zumindest einzelner Spieler vorzeitig zu beenden? Fragezeichen? Ja, ich habe das glaube ich klar und deutlich gesagt, dass das eine Verfügung des Gesundheitsamtes ist und diese Entscheidung alles bloß nicht bei uns liegt und auch zu dem Thema Antikörper, dort läuft ja parallel jetzt auch zu den Testungen, zu Studienzwecken allerdings auch die Blutabnahme noch mit. Ich glaube, dort ist man bei Weitem noch nicht an dem Punkt, wo man sagen kann, einer hat eine Infektion überstanden, der ist für Zeitraum X oder vielleicht sogar sein Leben lang resistent. Insofern sollte man dieses Risiko auf keinen Fall eingehen. Jetzt fragt Uwe Karte vom MDR mal grundsätzlich zur Technik, wie so eine Sitzung abläuft und wie das Abstimmungsverfahren ist. Am Donnerstag will die DFL den Verein ein Papier zur Abstimmung vorlegen. Wie sieht so eine Abstimmung eigentlich aus? Geschieht das offen oder geheim und kann ein Verein wie Dynamo dort völlig frei entscheiden, wenn es heißt, DFL fordert die Zustimmung der Vereine? Also kann man überhaupt dagegen stimmen? Wie muss man sich das vorstellen, wenn ihr da vor eurem Monitor im Büro sitzt? Also die Videokonferenzen der DFL die erfolgen mit einem gewissen Vorlauf. Man muss sich entsprechend anmelden, wird dann eingeloggt und darüber hinaus hat man noch auf dem Handy ein Abstimmungstool und da können sowohl offene als auch geheime Abstimmungen stattfinden drüber. Der Bogen ist jetzt etwas groß, weil Herr Caceres da vor einer halben Stunde schon mal nachgefragt hat, aber es gab da noch eine Anschlussfrage, die ich jetzt erst sehe. Seid ihr irgendwann mal direkt mit dem Vorwurf von Vertretern des Fußballs also mit dem Vorwurf konfrontiert wurden, ein Interesse an einem Abbruch zu haben und wenn von wem? Also gab es unmittelbare Vorwürfe und persönliche, die an euch herangetragen wurden oder ist das über Dritte passiert? Also bei mir persönlich nicht, dass dann ja auch immer wieder ob das Medien sind oder soziale Netzwerke dann irgendwelche Verschwörungen oder Spekulation Auftarung das kann schon sein mir persönlich ist das nicht zugetragen worden. Kann ich nur unterstreichen das was Ralf sagt es ist teilweise dann suggestiv so wie es der Präsident der spanischen Liga gemacht hat aber ich glaube da kann man sich weitere Worte zusparen. Das ist schade weil dazu gibt es eine Frage von Johannes Nino von States Perform der La Liga Präsident Javier Tebas mein Spanisch ist so bescheiden dass ich um Verzeihung bitte falls ich den Namen jetzt nicht richtig ausgesprochen habe der sich in einem Video was unter anderem bei ran.de veröffentlicht wurde lustig macht über den Tabellenletzten aus der zweiten Bundesliga und damit so ein bisschen den Verschwörungstheorien Nahrung gibt dass das alles eine große Inszenierung von uns sei wie wie habt ihr diese Botschaft aufgenommen ganz großer Mann die haben wir gar nicht aufgenommen also ich persönlich zumindest nicht weil wir lassen uns nicht von irgendwelchen exogenen Faktoren treiben wir müssen wir tragen die Verantwortung für den Laden hier und danach müssen wir auch abrechnen da diese Verantwortung da müssen wir gerecht werden und der stellen wir uns auch und das tun wir tagtäglich ravi kassieres fragt hat dynamo gegenüber der dfl um eine verschiebung des neustarts geworben ne stand nicht zur diskussion dirk dirk von focus fragt dich ralf haben sie kontakt zu anderen klub verantwortlichen mit denen sie im austausch sind und die die abstiegspläne der dfl ebenfalls kritisch sehen gibt es da hinter den kulissen bündnis grundsätzlich dass man sich in der branche austauscht mit dem einen mehr mit dem anderen weniger das ist glaube ich auch wichtig um dann auch ein gefühl zu entwickeln ja es wird thematisiert ganz einfach der kicker fragt in form von lukas böhme dich michael oder ralf du kannst auch was dazu sagen weiß nicht wer die buchung da vornimmt ursprünglich wollte dynamo ab montag also vergangenen montag in ein dresdner hotel ziehen und sich dort auf den anstehenden liga neustart vorbereiten dem vernehmen nach hat der verein hierfür rund 30.000 euro miete im vorab bezahlt wie wird hiermit weiter verfahren also ich glaube die zeiten dass wir rechnungen vorab bezahlen mussten die sind lange vorbei aber wir sind natürlich mit dem hotel in Kontakt und werden dann natürlich mit dem hotel eine partnerschaftliche lösung finden so ich schaue nochmal in meine whatsapp gruppe vielleicht tut sich hier noch was in den nächsten sekunden ein kollege schreibt aber mir schreibt weiß ich nicht aber möchte den kollegen die chance geben die chance geben ansonsten befinden wir uns jetzt in der finalen phase dieser pressekonferenz falls ich irgendeine frage übersehen haben soll dann bitte ich auf diesem wege um verzeihung ich habe versucht fragen die sich sehr ähneln nicht nochmal zu stellen nachfrage gesundheitsamt angekommen fragt Sven Geisler ach ja gut danke Sven funktioniert auch wenn man nicht in einem Raum sitzt wunderbar hat das Gesundheitsamt das Angebot zum Stadion Besuch genutzt was vorhin angesprochen wurde denn das ging aus der Antwort von nicht klar hervor die Frage kommt von Sven Geisler Sächsische Zeitung das war wie gesagt am letzten Freitag als wir den obligatorischen Termin im Gesundheitsamt hatten wie wir mit vergleichbaren Sachen wie der erste Fall umgehen und dort haben wir das Angebot gemacht und dort haben sie uns auch gesagt dass sie sich das auf jeden Fall mal angucken möchten wie gesagt am Tag darauf sind leider Gottes zwei weitere Fälle aufgetreten sodass das erst mal aufgeschoben ist Patrick Franz mit der vorerst letzten Frage wann soll es nun eine konkrete Entscheidung geben wann Dynamo wieder spielt wurde euch da schon irgendwas in Aussicht gestellt bei dem Vorgespräch vielleicht gestern mit den Präsidiumsmitgliedern der deutschen Fußballliga oder heute gab es bei der Teilversammlung der zweiten Bundesliga irgendwelche Informationen dazu also wir haben uns mit Ansgar Schwenken dahingehend abgestimmt dass wir die morgige Mitgliederversammlung abwarten und dass wir uns dann mit ihm nochmal abstimmen werden Gut meine Fragen sind aus dann ziehe ich ein durchschnittliches Fazit was die Tonqualität zu Beginn angeht bedanke mich trotzdem dass ihr euch so viel Zeit genommen habt in dieser wirklich schwierigen Situation für Dynamo Dresden aber auch die werden wir zusammen mit all unseren Mitgliedern Partnern und Sponsoren bewältigen dieser Verein hat schon viel größere Herausforderungen geschafft und das ist die Botschaft Dynamo Dresden wird es auch in Zukunft geben und um den Klassenerhalt werden wir dann kämpfen sobald wir wieder auf dem Platz stehen dürfen Vielen Dank Ralf Vielen Dank Michael Vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss in die Runde und bleibt gesund Tschüss kann ich mich nur anschließen Bleibt Bleibt gesund going H H H H H H H H Untertitelung des ZDF, 2020